Ist das genauso groß wie du und hat 40er Schuhe? Das sind ich, ich bin größer als deine Geschwister. Ja, der Marco, der ist so ein kleiner Wicht, der sich immer hinter den großen Leuten im Schulhof versteckt. Um sein Pausenbrot zu betteln. Ja, der hat sein Pausenbrot! Ja, will der Kleine sein Pausenbrot zurück! Ja, hier hast du ne Rosine, mein Junge! Die mag ich nicht! Dann kommen die Rektorenstressen an. Hast du die großen Jungen verprügelt? Also, ich glaube nicht, so mit ganz vielen blauen Flecken und so. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Ich werde zu Sicherheit nochmal bei deinen Eltern anrufen. Nein, tun sie das nicht! Gut, ich hab's wieder übertrieben. Ah, ich komm nicht vorbei! Ich bin zu Süd-O-Ne-Volta-Lynkis! Aaaaaaah! Au! Wird's schon wieder Nacht oder was labersto? So! Das hier noch! Ich fang noch ein bisschen Holz, weil wir haben ja nicht so viel. Wir haben überhaupt, ich glaub 20 oder so. Und das wird nicht ausreichen für das, was wir planen. Wenn wir... Oh lol, Minecraft spielt bei mir! Musik! LOL! Ach, ich muss ganz laut drehen! Ich hab jetzt aber, ich bin jetzt aber gerade dabei ne... ne... Play Playlist zu stellen. copy-roll zu stellen. Nein, einfach nebenher ein bisschen Musik. Ja, was für Musik. Was ist das für die Rechte? Nein! Aber derjenige, der diese Musik kann ja direkt nicht! Huch! Fertig! Mega, eh! Mein Gott, die Minecraft Musik wird nicht lauter, je lauter man die Musik schaltet. Wie hast du eigentlich in deinem, äh, Tutorial... Tutorial... In deinem, äh... Nein, in deinem Text-O-Pack-Video... Wie hast du eigentlich die Minecraft Musik rausgeholt? Das sind doch O-T-Tiger-Teile. Nö, 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 die kannst... Oh mein Gott, ein Wolf! Ich hab Knochen! Vier Knochen ist mein Wolf! Mein Wolf! Haha! Mein Wolf! Weiß ich, weiß ich nicht. Es sind noch mehrere, wo bist du? Wo bist du? Sobald wir zwei Hunde haben, können wir also wahren. Wo bist du? Mein Gott, wo sind sie? Wo bist du? Ja, der denkt gleich daran... Wo, äh, wo ist... Der hat keine Ahnung, weiß ich da nicht. Ich bin, weißt du, ich kann dich später hinführen. Dann kannst du den Hund suchen, was er noch einmal ist. Ja, genau. Jetzt kommen wir zum Hauen. Okay, warte, ich komm zurück. Der Hund kommt ja... Oh mein Gott, der steht mir im Weg! Da sind auf jeden Fall... Hühner... Ich... Weiß es nicht... Ist das... Das ist doch voll ne Näh von dir! Voll ne Näh von dem komischen Kompelweg! So! Mann, die Minecraft Musik wird wieder aufgehört! Mein Hund! Mein... Falschrichter! Mein Hund! Komm! Komm! Erstmal schlafen wir! Nein, nein! Ich will erst... Ich hab doch noch drei Stücke! Aber haben wir noch Knochen? Nein, die Kiste ist auch noch viel viel! Nicht hier, aber in der Kiste hier! Ich muss die öffnen, tappen! Lol! Wie hab ich das denn gesiegt? Ähm... Ich muss grad sortieren... Hey! Buttonflash... Hey! Oh ja, ist... Oh mein Gott! Oh mein Gott, mein Hund! Mein Hund! Boah, du schnappst! Alter! Ich... Ich... Pinoflash... Jetzt zeig mir... Show me the way to the... Da! 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 Boah! 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 Da! 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 Wenn du nicht hinterher kommst, ist das nicht mein Problem! Und der kleine Maxi, der hockt auf dem Sofa und... Hey, wo bist du? Interessiert mich nicht! Mein Gameboy! Er ist schön blau! Nö, der ist schwarz! Ja, blau! Blau! Also ich hab den hier gefunden! Ich hab einen grünen Gameboy! Den nehm ich ihn in! In die Schule nehmen! Spielen dann! Das voll fliegt! Hier um die Gegend muss mal so... Hölfe! Hölfe! Oh! Ah! Zombie! Das sind nochmal zwei Knobeln. Zuh... Ein zwei Knobeln! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ich hab 16... Das ist nicht mein Problem! Ich suche mal! Vielleicht finde ich vielleicht einen... Der privaten... Schönen Hund! So! Also ich hab jetzt nur Ding von... ... wo... ... in den Flachen ist... ... und weiß ich nicht! Ist mir noch eins gerecht! So, hier ist irgendwie kein Hund mehr! Ich weiß auch nicht! Haben wir noch irgendwo Hunde? Dann müsste ich mal die ganzen Episoden noch durchgucken! Ich hab sowieso noch... ... viel... ... ne... ... ich hab gar keine mehr zum Ohrenladen! Das ist alles nur noch Skype-Nob, was ich rufladen muss! Also ich weiß nicht, ob da noch Hunde sind... ... ich seh nur meine Schafe, die da drüben sind! Meine Hände! Meine Schafe! Hm... ... meine Gleitgrill! Meine Pickel-Ausdrück-Zange! Das ist... ... mein Knopf! Mein Knopf! Dein Knopf! Besser, aber dürfte ich... ... mein Knopf! Ich will ihn doch nur mal... ... Knopf! Mein Knopf! Lass ihn mir! Den hab ich mir selber ausgerissen! So, noch mehr Seeds verteilen... ... vielleicht kann ich schon loben meine Frau... ... und dann auch schon langsam wegziehen... ... ffff... BIPSLAPP 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 Hier, kannst du noch mal schlось Wir haben fast kein Leder mehr Und es ist auch ein Leder aus, das wir haben Craft, ich brauch nur kurz mal eine Wester Kraft ja, wir haben einen Anzug aus, echtem Leder Ne, das gehört ja die anderen Käste, äh Gata. Also gehört ja diese Käste, oder ist es nämlich schon eher so? Gravel, das, das. So, da ist ja die Monsterkäste, da kommt dann die, 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 die. Die ist, die ist, so muss ich mal da nochmal nehmen. Warte mal, hab ich noch? Ja, die geht sich jetzt erstmal slappen, die Bitch. Äh, check it out. Ok. SSSSS Da ist doch hier noch ein Glas Eins Zwei, drei Zwei, drei Drei Glas Zwei, drei Zwei, drei Zwei, drei Zwei 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 So, meine Jutern-Farmer für Telefaktion. Gut, dann gehts weiter hier unter. Das wird jetzt erstmal so ne schöne Farmer, also ich hab jetzt nicht vor, als hässlich unterzuziehen. Echt, der bestandet sich unter. Toll, toll! Zwei, zwei, eins, zwei. Mal gucken, wann wir die erste Hörner finden. Jetzt erstmal hier eins, und dann. Und der komische Vogel doch schon wieder da. Das ist fast bedrohlich, wie der hier kommt. Gebt mir Futter! Oder sowas. Ja, ich hab gar kein Vogelfutter. Hier. Und da, und überall. Jetzt muss jetzt wie viel Placke heißt? Aber das können sie noch ändern, weil tiefen Boden kommt in Minecraft. Kommt überhaupt viel Erde vor. Ich hab da auf der Bedrocksstufe Erde gefangen. Das ist gar nicht so unnötig. Das fand ich schon ein bisschen abnormal. Jetzt klingen sie so bei mir, und deshalb wird die Aufnahme wahrscheinlich nicht unterbrochen. Weil, es gibt wahrscheinlich am Abendessen. Ich weiß es nicht. Ich möchte aber auch gar nicht mehr. So. Und mit diesem schönen Anblick, gehe ich essen. So. 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 So.